Mahlzeit Freunde, herzlich willkommen zu 030 BBQ, mein Name ist Bobby, ich grinse heute wie ein Honigkuchenpferd. Die von euch, die uns folgen auf Instagram und auf Facebook, haben es in der Story wahrscheinlich schon gehört. Heute ist Tag der Berliner Schnauze. Ihr habt danach gefragt, ich habe mich danach gesehnt und wir haben es endlich auf die Reihe gekriegt. Zusammen mit der Spice Bar haben wir den für mich ultimativen Grillpfeffer rausgebracht. Ist jetzt da, ist jetzt da. Cheers auf euch, auf meinen neuen Pfeffer. Und zur Feier des Tages habe ich mir den lieben Kai eingeladen. Er ist der Chef von der Spice Bar, standardgemäß würde ich sagen, standardgemäß. Und wir wollen das ordentlich feiern, deswegen machen wir heute eine Berliner Schnauze-Grillplatte. In groß und geil. Und ich zeig euch das gleich. Wie das geht, was ihr dazu braucht, wo ihr das bekommt, zeig euch jetzt. 030 BBQ Und Bärm, Freunde, guck mal, Berliner Schnauze. Das ist geil, oder? Das ist geil. Wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr daran gebastelt, den ultimativen Grillpfeffer zu erschaffen. Und ja, wir haben es geschafft. Also ich nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Kai von der Spice Bar. Der ist auch eingetroffen heute. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank für die geile Zusammenarbeit und für dieses tolle Produkt, was wir zusammen geschaffen haben. Ja, danke auch. Darum stoßen wir das nochmal an, oder? Prost. Cheers. Auf die Berliner Schnauze, auf euch. Ja, ja, ich höre schon von einigen von euch, ne? Wart jetzt noch ein BBQ-Pfeffer auf dem Markt? Ja, Freunde, ich weiß, man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber wir können an den Speichen was machen. Und das haben wir ja definitiv getan, ne? Auf jeden Fall. Es ist richtig geiler Pfeffer drinne. Drei verschiedene Sorten. Sherry, den Namen vergesse ich gemacht. Telly Cherry Pfeffer. Telly Cherry. Ein geräucherter Pfeffer. Und wir haben noch drinne... Fermentierten Pfeffer. Fermentierten Pfeffer. Sowieso das geilste, was es so unter den Pfeffern gibt. Genau. Also eigentlich die Premium-Klasse der Pfeffer. Natürlich alles in Bio, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Eine kleine Prise Salz, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen rote Beeren. Und in dem Mischungsverhältnis ist das, glaube ich, einzigartig auf dem Markt. Der Clou daran ist, da ist noch ein bisschen Rauch mit dran. Wir wollen ja Barbecue haben. Und für alle, die nicht jeden Tag ihren Smoker anschmeißen wollen. Und trotzdem Barbecue-Flavor noch mehr als sie grillt haben wollen. So kann ich es mal aussprechen. Das Zeug passt zu allem. Ich werde euch das gleich zeigen. Ich zeige euch mal, was wir an Platte da haben. Guck mal. Das schmeckt nicht nur geil, Freunde. Das sieht auch noch unheimlich geil aus. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, das fliegt mir jetzt hier nicht gleich alles weg. Das gute Zeug. Das kann ich auch... Oder mittlerweile esse ich es auch so. Weil es sehr geil ist. Und es passt zu allem. Ich habe da schon alle durch. Wir haben hier auch eine kleine Auswahl heute. Guck mal. Ich habe hier ein bisschen Steaks. Ich habe Nacken. Ich habe ein paar Würstchen. Ich habe ein bisschen Hühnchen. Ich habe auch noch Karnelchen da. Wir wollen ja heute eine richtig schöne Platte machen zur Feier des Tages. Und tatsächlich Berliner Schnauze passt zu allem. Wirklich. Und weißt du was? Obwohl es hier so windet, riecht es bis hierher. Es duftet unglaublich. Der Geruch ist fantastisch. Hier ist wirklich die Liebe der Welt drin. Die Liebe der Welt. Wir starten jetzt mal durch, würde ich sagen. Das ist ein bisschen durcheinander hier heute, glaube ich. Weil wir feiern noch den Geschmack und unser neues Produkt. Weil es wirklich geil ist einfach. Also Zutaten, Freunde. Schon gezeigt. Ordentlich Fleisch. Wir machen ja eine schöne Platte heute. Wir haben hier ein paar Tometien mit ein bisschen Knoblauch. Wir haben hier wunderschöne Garnelen. Ein bisschen Frühlingszwiebeln. Pimentos. Pimentos de Patron. Heißt das so? Irgendwie so. Ja, Bratpaprika, Freunde. Kommt auch noch auf die Pfanne. Ein bisschen Mais. Eine Limette. Sind eigentlich schon durch. Angewürzen von der Spicebahn. Natürlich heute die Berliner Schnauze. Freunde, weil ich will euch ja in diesem Video auch zeigen, dass das zu allem passt. Also richtig was lernen könnt ihr heute, glaube ich, nicht. Aber ihr könnt zugucken und sehen, wie geil das wird mit diesem geilen Barbecue-Pfeffer. Wenn der Wind uns noch in Ruhe lässt heute, dann wird es auch ein bisschen einfacher. Des Weiteren brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Kokosblütenzucker. Wer hätte das gedacht? Und ein bisschen Fleur de Sel. Also Salz. Aber Freunde, das hier. Mal als kleine Unterstützung von euch. Bitte jetzt mal alle Hashtag Berliner Schnauze in die Kommentare ballern. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Instagram so ein 2-Sekunden-Selfie-Video mit Berliner Schnauze hochpostet in eure Story. Und mich verlinken und ich teile das. Und wir machen die Berliner Schnauze groß, oder? Yes, machen wir das. Hat es auf jeden Fall verdient. Freunde, ich kann euch auch schon verraten, kleiner Spoiler, das wird nicht das Einzige bleiben. Genau. Ein bisschen was haben wir noch in der Planung, in der Pipeline. Da kommt was. Aber wir schaffen es auch noch dieses Jahr, versprochen. Versprochen. So, wir starten einfach durch. Und da ich heute nicht alleine bin, kann mir der liebe Kai auch ein bisschen helfen. Da kannst du mal ein bisschen Arbeit abnehmen. Wir werden uns erstmal um das ganze Gemüse kümmern und um die Scampis. Zu den Scampis habe ich dir da mal ein bisschen Knoblauch hingemacht. Und hier, damit kennst du dich aus, glaube ich, eine Presse. Knoblauch Presse. Also du bringst das einfach schon mal in die Presse. Und wir fangen an mit dem guten Olivenöl, Freunde. Dann kriegst du auch schon mal einen Schuss hier, wa? Neh, mich. Da kann ein bisschen Olivenöl... Oh, du musst ja die Chili nochmal rausfummeln da. Die müssen wir gleich noch ein bisschen klein schneiden. So, ordentlich Olivenöl, Knoblauch. Olivenöl geht hier überall rüber, Freunde, ja? Rispentomaten, Olivenöl. Passt nämlich. Und Knoblauch, ihr wisst, passt zu allem. Und auch hier für die Pimentas, zack, Olivenöl. Erstmal alles baden lassen. Jo, Öl ist überall dran. Ne, die Mais kommen bei kleiner Ölen. Da ist Knoblauch schon drin, zack, ordentlich, Freunde. An Knoblauch nicht sparen. Und noch ein bisschen Chili, ja? Ist das mutig heute, oder was? Na sicher. Wir machen das mutig. Schärfe ist mein tägliches Geschäft, ne? Da habe ich kein Problem mit. Stimmt, also der Mann der Schärfe. Wenn er jemanden sucht, der scharf kann. Geil, speisbar, Freunde, speisbar. So, ich fange nebenbei schon an, ein bisschen zu würzen. Nein, noch nicht mit unserem Pfeffer, aber mit Fleur d'Acelle. Also ordentlich über die Tomaten geht Salz rüber. Zack. Über unsere Bratpaprika könnt ihr auch schon mal Salz rüber machen. Das braucht noch nichts. Hier geht auch noch ein bisschen Salz mit dazu. Wir würzen uns hier einfach mal voll durch, ne? Kokosblütenzucker, Freunde. Tomate, Zucker. Auch nicht sparen, bitte. Nicht sparen. Ist übrigens wirklich das beste Zeug, was ich je jetzt gefunden habe. Aber ich erzähle euch keinen Blödsinn, ne? Das kann Kai auch alles bestätigen. Chilis, da rein. Gut gemacht. Und an den Tomaten können wir tatsächlich auch schon ein wenig mit unserer Berliner Schnauze arbeiten. Da geht auch mal ein bisschen was dazu. Ein bisschen Rauch schadet nichts. Die meint das auch, aber nicht zu viel. Zack. Und da geht auch noch was rein. Die müssen wir jetzt noch mal kurz durchrühren, glaube ich. Dafür kriegst du aber... Ich such mal einen Handschuh für dich. Ja, nehme ich jetzt. Na, Handschuhe haben wir gefunden. Kai, du weißt Bescheid. Na, alle Männer über 40 werden immer ein bisschen nervös, wenn irgendjemand sich einen Handschuh anzieht. Aber du bist ja auch... Wir sind ja beide im gleichen Alter, oder? Knackiger 28. Ja, klar. Ja, ein bisschen drüber. So, einmal kurz durchmischen. Ganz kurz mal zu dem Kokosblütenzucker. Sag mal, wo kommt eigentlich die Kokosblüte her, die in den Zucker kommt? Das kommt aus Indonesien. Und da wird die Kokosblüte angeritzt. Die klettern tatsächlich hoch auf die Palme. Und nehmen halt den Nektar davon. Und dann wird der so lange eingekocht, bis der halt so karamellisiert. Und deswegen hat der so ein geniales Karamellaroma. Du wirst auch... Also eigentlich fährst du auch überall hin, wo ihr eure Gewürze her holt, oder? Du hast doch schon fast alles mal gesehen. Ja, eigentlich waren wir schon überall, ne? Also einmal um die Welt rum. Und es ist Wahnsinn, was man da alles so erlebt. Und was man da auch für geniale Sachen halt so findet, ne? Das ist schon echt nett. Und deswegen, wie gesagt, hier ist auch eigentlich die ganze Welt vertreten in einer Dose. Ja, was haben wir drin? Brasilien, Sri Lanka, Kambodscha, Brandenburg. Also ja, einmal um die Welt, ne? Brandenburg, einmal um die Welt, Freunde. Genau. Ich glaube, ich werde diese Orte auch alle mal besuchen. Und mit Brandenburg fangen wir an, Freunde. So, das noch ein bisschen durchgerührt. Die Scampis kommen noch zur Seite. Ich würde sagen, wir starten mit Grünzeug. Wir quatschen uns hier heute einen Ast ab, glaube ich, oder? Das ist ein sehr schöner Tag auf jeden Fall. Ein Tag der Freude, Freunde. So, die große Challenge heute ist eigentlich nur, dass wir alles, was wir hier auf dem Tisch haben, halbwegs gleichzeitig fertig kriegen. Deswegen, Maiskoll müssen wir noch ölen. Jetzt will ich nochmal einfach nur grob einölen. Tometien, wie gesagt, hier, ne? Salz, ein bisschen Berliner Schnauze, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, einfach ruf auf den Grill. Ich habe die eine Seite jetzt hier auf kleinster Flamme angeheizt. Wir fahren so, weiß ich gar nicht, um die 200 Grad oder sowas. Das hat allerdings ein bisschen Zeit, um schön gar zu werden. Die Maiskolben, das sieht sehr professionell aus, was du da gerade machst. Alles mit einer Hand. Ich habe ja nur einen Handschuh. Wir wollten jetzt hier nichts provozieren, sonst kriegst du auch einen zweiten von uns. Gar kein Problem. Maiskolben, wenn die geölt sind, gehen die oben erstmal auf den Warmhalterrost. Da können die auch erstmal schön Temperatur anziehen. Genau, packst du einfach oben ruf. Zack. Und jetzt zum Fleisch. Ja, da sind ja ein richtig paar schöne Kavenzmänner hier. Was haben wir hier? Ja, ich wollte ja den Tisch auch ein bisschen voll kriegen. Wir haben hier zwei schöne Rib-Eyes. Einmal ein bisschen was gedry-aged ist. Und einmal was von der Brandenburger Ferse. Wir haben hier ein bisschen Nackensteak, Standard, würde ich sagen. Fleischrebellen, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier noch so ein paar scharfe Würstchen. Da dachte ich, da hat Saskia auch noch was davon. Und ein bisschen Hühnchen. Wir starten mit dem Fleisch. Ihr guckt natürlich, was ist das Größte. Also die beiden Stücke. Standard einfach nur ein bisschen Fleur de Sel rüber. Ihr könnt das nicht versalzen, Freunde. Ja, großes Stück Fleisch. Da kann ordentlich Salz ran. Zack. Und mit den beiden werden wir auch starten, denn die brauchen am längsten. Also alles schön abgesalzen. Den Tisch noch ein bisschen sauberer macht. Und den Ruf auf den Grill. So, der Boyking läuft. Der rechte Seite volle Hütte. Also alles, was geht. Ich starte mal mit dem jetzt hier, weil das ist ja wirklich der Stärkste. Wir wollen jetzt einfach ein bisschen Branding ranbringen. Also Standard 90, 90, 90 Sekunden auflegen. Einmal twisten für ein schönes Rautenmuster und dann umdrehen. Ich glaube, wir warten hier mit der ersten Seite, bis wir das auflegen. Timing ist hier heute entscheidend. Und zack, die ersten 90. Entscheidend ist, dass ich das Fleisch löse. Guck mal auch. Sieht das geil aus, Freunde. Sieht das geil aus. So war er drauf. Andere Richtung. Und die nächsten 90. Wir gucken mal. Nicht die Finger verbrennen. Oh, ist schon heiß. Guck mal. Kann was, oder? Kann was. Diese Seite nochmal genau gleich. Und die zweite kannst du auch. Guck mal, ob du den Platz findest. Und die zweite Stück. Guck mal mal. Sehr schön. Wir tasten uns ran heute. Wir tasten uns ran. Aber ich habe Hilfe. Das macht mich sehr froh. Ja, und wir kommen hier schon auf den richtigen Weg. Guck mal. Zack. Oh, der hat schon Farbe. Den mal kurz hier ablegen zum Nachziehen. Den drehen wir. Ganz kurz zurückgeschoben. Nacken geht rauf. Mit unseren Nackenstacks haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Das ist nicht mal Salz dran. Wir wollen hier nämlich wirklich bei dem Duroc den puren Genuss mit der Berliner Schnauze haben nachher, ne? Also die auch mal rauf und damit machen wir das Gleiche, ihr Freunde. Und gleich dazu kommt unsere Kette aus. Na, Saskia würde wieder sagen Liebeskugeln, ne, Freunde? Wir lassen das mal unkommentiert. Zack. Oben indirekt mit rauf. Wir drehen die alle gleich sowieso ein bisschen runter. Das geht sich alles aus. Wie gesagt, wichtig ist heute Timing. Maiskolben drehen. Aber du siehst, es läuft bei uns, oder? Perfekt. Kriegen wir hin. So, wenn Bobby da hinten am Grillen ist, dann hätte ich schon mal hier ein bisschen mit Flor de Salle unsere Hähnchenbrust würzen. Machst du endlich was, ja? Würzen und zwar mit Salz, ne? Flor de Salle, wunderbar. Die sind so mild erstmal und vor allem vor dem Grillen erstmal reicht Flor de Salle. Und hinterher haben wir noch ein bisschen was Berliner Schnauziges, was hinterher drauf kann. Ja, und unser Hähnchen kann auch gleich auf die Plansche herauf einfach. Ja. Zack, ein bisschen Öl brauchen wir noch, oder? So. Bisschen Grundlage. Nimmst du auch Olivenöl, ja? Ich nehme eigentlich fast zu allem Olivenöl. Da kann man sich jetzt wieder drüber streiten. Rauchpunkt, letztendlich verraucht Öl immer. Dementsprechend gutes Olivenöl schadet nichts, Freunde. Einfach schön auflegen, mal von beiden Seiten ein bisschen Hitze geben. Oh, Wind kommt. Und wie zu erwarten geht mega fix heute die Nummer. Jetzt können auch ja schon die Pimentos hier mit dazu. War zu unserem Chicken. Die machen wir so mit Öl drauf. Ja, das reicht völlig aus. Die müssen wir auch nur ganz kurz anbraten. Ein bisschen gedreht werden. Pfanne lasse ich aufheizen, da machen wir gleich noch die Scampis. Und dann sind wir auch schon fast durch und können essen. So, guck mal. Pimentos werfen, blasen. Das reicht uns auch schon völlig aus. Unser Hähnchen ist auf dem richtigen Weg. Maiskolben sind schon ein bisschen braun. Wir ballern jetzt mal hier ordentlich Scampis in der Pfanne. Da ist auch hier noch Öl bei. Die freuen wir nur ganz kurz. Zwei Minuten einmal drehen. Dann läuft das. Und zack. Eigentlich sind wir auch schon durch. Wir schnappen uns jetzt mal schon unsere Steaks. Ich möchte heute nicht so durchgehen. Das kann ruhig ein bisschen Leben mit beinhalten. Die lassen wir uns auch kurz nachziehen hier. Schön in Ruhe. Dazu kommt die Berliner Schnauze ins Spiel. Klassisch. Und zwar ordentlich was rüber geben. Das Gute, wenn er das jetzt macht, ist, dass die ätherischen Öle sich noch alles schön mit der Kruste verbinden können. Das macht Sinn. Also schön einmal abwürzen mit der Liebe aus der Dose. Und das Gute ist, das Rauchsalz fängt jetzt so an, ein bisschen zu schmelzen. Setzt sich so ein bisschen rein in die Vertiefungen und so weiter. Das wird echt gut, glaube ich. Lecker, Freunde. Lecker. Und dann warten wir noch, bis der Rest fertig ist. Und dann mal einen Teller fertig und wir sehen uns gleich zum Probieren, will ich sagen. Und zack, Freunde. Fertig. Guck mal, ist ein gelungener Grillteller, oder? Das ist für eine Portion gerade ausreichend. Ja, das ist auf jeden Fall. Wir werden satt heute. Wir werden satt. Guck mal, hier. Schön die Scampis. Wunderschön der Mais, die Würstchen, Chicken, alles drauf. Aber jetzt tatsächlich müssen wir das ja alles noch verkosten. Und zwar mit Berliner Schnauze, Freunde. Ach so, gleich mal dazu. Ich brauche jetzt euren vollen Support. Berliner Schnauze bei der Spice Bar abchecken. Und auch hier, nicht vergessen, mit dem Gutschein-Code Spicy, 030 BBQ, 5 Euro auf euren Warenkorb, ab 15 Euro auf meinen Nacken und auf Kai's Nacken. Bei der Spice Bar. Berliner Schnauze, ordentlich ballern, Freunde. Aber wir verkosten jetzt noch, will ich sagen. Einzelt. Wir starten mit das Scampis, oder was? Machen wir ein bisschen Limette. Ein bisschen Limette noch rüber. Noch ein bisschen mehr Berliner Schnauze. Oder wir können es ja eigentlich auch zum Dippen machen. Na komm. Sag, wir machen uns hier nochmal ein Häufchen hin. Huch. Nicht wegfliegen. Zack. Und jetzt würde ich sagen, wir schnappen uns so einen kleinen hier. Prost. Cheers. Schön war drin da. Meine andere Note. Da kommt durch den Rauch und durch die Beeren noch richtig was dran. Ein Bräuner. Ein Bräuner. Normalerweise sagt man ja so, man muss weißen Pfeffer nehmen für Meeresfrüchte. Aber das ist wirklich hier. Andere Note. Andere Note. Top. Wahnsinn. Weiter geht es mit Chicken, Freunde, oder? Chicken, chicken, chicken. Kann ich mal kurz noch ein bisschen heiß? Schneiden wir uns auch mal ein paar Tranchen runter hier. Na, durch ist es. Da brauchen wir Huch. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Zack. Jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns jeder mal eine Tranche. Oh, der Wind wird auch immer stärker heute. Komm, runter. Schnapp dir. Na, Freunde. Das ist kein Standard-BBQ-Pfeffer. Versprochen. Supergeil, oder? Meeresfrüchte gut. Chicken gut. Und fast nicht über Salzen. Ich habe sehr gut gemeint mit dem Salz, aber es geht, oder? Wir haben es noch hingekriegt. Also, wir wollten ja schon sagen, der Koch ist verliebt, aber wahrscheinlich verliebt in Berliner Schnauze, Freunde. Wie ist das? Berliner Schnauze. So, schnapp dir mal noch so eine Pimentos. Das muss ja auch ein bisschen zu... Gemüse. Das geht halt, glaube ich, oder? Gemüse. Prost. Wahnsinn. Wir haben im letzten Jahr schon sehr, sehr viel getestet. Ich habe die Mischung probiert. Ich habe verschiedene Fleischstücken dazu gemacht. Wir haben es tatsächlich geschafft, den ultimativen Grillpfeffer zu schaffen. Freunde, ja, Eigenlob stinkt, ne? Für uns beide wahrscheinlich. Aber, ey, müsst ihr probieren. Was gut ist, ist gut. Kann man nicht mehr sagen. Was gut ist, ist gut. Also, Gemüse passt auch. Das schieben wir uns zur Seite. Schweinenacken. Na, komm. Schwein, Freunde. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Ich hatte schon gesagt, da ist jetzt noch nichts dran. Ja, da ist jetzt kein Salz dran. Da ist kein Pfeffer dran. Da war ja nichts dran. Weil das Durock ja auch alleine genug kann. Aber auch gutes Durock macht besser hier mit... Wenn ihr da schnauze, würde ich sagen. Komm, schnapp dir was. Sei nicht schüchtern. Weißt du was? Man könnte denken, das ist ja langweilig. Jetzt esst ihr alle mit dem gleichen Gewürz. Aber durch das verschiedene Fleisch kommen da ganz andere Aromen halt. Ja, Wahnsinn. Also ist zwar alles der gleiche Gewürz drauf. Schmeckt alles trotzdem anders. Geil. Ja. Hier ist jetzt noch was ganz anderes. Durch das Fett verbindet sich die griechischen Öle ganz anders. Ist echt... Oh, Wahnsinn. Schöne ich dir das? Ja, dann nehme ich noch mal. Wahnsinn. Tut mir ein bisschen leid. Wir futtern uns hier heute durch den Gemüsegarten, glaube ich. Komm, noch eine Tomate. Oh. Halt. Halt. Höstlich. Ein bisschen Pfeffer nachlegen hier. Ja, ist ja schon fast wieder leer. Wir brauchen noch mehr Berliner Schnauze, Freunde. Königsdisziplin, würde ich sagen. Unser wunderschönes Steak. Hat ja schon geruht mit Pfeffer. Wir schneiden mal an. Mal gucken, ob wir überhaupt was geschafft haben hier heute. Ja, ist noch gut, oder? Ist noch gut. Ich würde sagen, das ist ein Treffer. Schneiden wir uns mal auch zwei Tronchelein runter. Ein bisschen kleiner gemacht hier. So, hier schnappt ihr mal so ein Eumel. Also er hat ja schon Pfeffer oben drauf, aber viel hilft viel in dem Fall. Wahnsinn. Das kann ich nicht anders sagen. Berliner Schnauze. Kann was. Kann was. Das hat Pfeffer, Freunde. Ich glaube, wir lassen euch mal in Ruhe heute. Wir müssen jetzt nämlich mal ein bisschen weiter essen, oder? Das hier kostet es zwar schön, aber wir wollen ja richtig uns der Völlerei hingeben. Sagt man das eigentlich heutzutage noch so? Wir hauen jetzt rein und feiern noch ein bisschen. Freunde, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, checkt die Spice Bar aus. Spice 030 Barbecue 5 Euro Rabatt auf einen Warenkopf auf 50 Euro auf meinen Nacken. Berliner Schnauze auschecken und darauf warten. Nee, wartet mal. Du hast vergessen. Das war alles gut. Passt auch zu allem. Aber Freunde, ihr könnt mit der Berliner Schnauze Barbecue den ganzen Tag genießen quasi. Denn Matt, Freunde, mein neuer Favorit. Das sollten wir jetzt mal. Mein neuer Favorit. Habe ich nämlich ausprobiert. Dachte ich, ist ja geil. Matt-Brötchen mit Berliner Schnauze. Du musst das probieren. Du musst das probieren. Ich hätte es auch nicht geglaubt vorher. Andere Dimensionen, Matt. Das geht. Hast du gleich zum Aufstehen? Schon eine Prise auch. Nochmal, Berliner Schnauze in die Kommentare unten rein. Unterstützt uns ein bisschen. Checkt die Spice Bar aus. Ballert Berliner Schnauze bis zum Get No. Dann waren Kai und Bobby. 030 Barbecue und die Spice Bar in Kooperation mit einem geilen Grillteller und Berliner Schnauze. Wir feiern heute noch ein bisschen. Jawohl. Wir sind draußen. Wir sehen uns am Grill. Tschüss. Ich werde es massiv mit. Vielen Dank.